Loll, wird der weggebrezelt. Bitte find eine AR da hinten, bitte. Triss? Ja? Andorra, maximal Einkommenssteuersatz 10%, da sehe ich uns. Geil, ja. Einfach mal rüberdüsen, halbes Jahr. Ah, nee. Dann? Nee, dann einfach gar nichts, geil. Hab ich mir jetzt gar keine Kilo-Klasse gemacht? Alter, geil. Geht gar nicht gut aus für den jungen Mann. Land hier nochmal auf Ehre, komm. Gön. Feini. 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 Feindliche Drohne über uns. Wenn ich jetzt sterbe, habe ich wieder 100 zu viel ausgegeben oder 600, bin ich wirklich triggert. Ja, wo geht denn dieser Cluster aber auch hin, ne? Wild. I need to secure money. Ja, 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 ja. Ich camp jetzt nicht und fuck mich ab, das Bounty. Komm einfach zu mir und lass es über dich ergehen, dass du ein toter Mann bist. Auf Ehre. Er hatte noch eine Drohne, ist das geil. Drohne erreicht Reinsatzgebiet. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Feindliche Drohne über uns. Oh mein Gott, das kann jetzt ja nicht wahr sein. Der Fein springt über dem Gebiet. Ah! Der Fein springt über uns. Wo ist der hoch? TV und so. Hier, da oben. Und so Dörfer, die keinen Namen haben. This guy trying to snipen? Ja, wow, bro. Bounties. We need Bounties, aber no Bounties around. No Bounties around, das ist ein bisschen Belasto, sage ich euch wie es ist. Ich hätte gerne noch ein paar Bounties. Die waren doch noch welche, oder? Oh, der flott, der flott. Was soll ich gerade sagen? Da hinten ist doch noch einer. Da ist der Aim Assist. Guck mal, ist das derselbe, oder? Wenn der da gelandet ist, bin ich trickert, oder? Der ist nicht da gelandet. We're chilling, though. We're big chilling. Ich wusste, dass da noch irgendwo einer rumkröchtert. Dass er da ist. Das konnte ich natürlich nicht an. Aha. Oh mein Gott. So ne Geeksau. Wo bleibt die Aufklärung? Sofort herschicken. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Das Gas breitet sich aus. Neue Ideale. Ja, da spielt diesen Shitstock auf der Asphalt sich jetzt erst. Good try. Das Gas breitet sich aus. Der ist ja nirgendswo mehr in Schock, Digga. Alter, ich will meine Graue nehmen. Ich hab ihn gesehen. Da. Der gibt die Graue. Hallo. Danke. Boah. Boah. GG, Bro. Wo schon ein bisschen was abgeht. Nee, warte. Okay. Guck mal. Okay. Boah. Okay. Kuck mal. Okay. Okay. Ich bin chill'n. Danke, den nehm ich mit den Kills. Danke, dass du ihn gestunnt hast. Was ist denn da in der Zone? Ist das da in der Zone? Die müssen alle move'n. Geil. Ich habe noch einen Airstrike. Ja, 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 ja. Nein, der Bull ist weg. Oh mein Gott. Uh, der Bull ist weg da. Ich chill'n, Dude. Ich habe kein Self-Revive, das ist so schall. Er ist einfach hinter mir. Fertigmachen. Ich muss aus der Zone gehen, dass er eine Gasmaske angeht. Ich werde nämlich laufen. Ah geil, ich sehe gar nichts. Ey, geil, ey. Ey, wirklich cool. Ey, ne, wirklich. Das wird, das wird hochgeladen. Sie hast das Setup. Komm mal. Hä? Wie hat er mich da gerade getötet? Ja, ich glaube der hackt, ja. Ja, das glaube ich aber auch. Guck mal, ich gehe aus der, ich gehe aus der, dass ihr das versteht, Chat. Ich bin gerade aus der Zone rausgegangen, dass ich nicht im Schießen diese Animation bekomme, dass ich was sehe. Auf einmal sehe ich auch gar nichts mehr. Er sieht mich einfach ganz normal. Cool. Der hat wirklich safe gehackt. Ja, egal. Headshot for 20. Ja, ja. Eis, Bro. Einmal so eine Lobbys spielen wie du. Ja. Wenn alle so shit. Ja, ja. Das ist geil. Ich glaube auch, dass Hacker war. Auch wenn nicht, war es unnormal fraud, weil ich auch einfach nichts sehe in diesem Gas. Es ist irgendwie 50-50, ob man da was sieht oder nicht. Das ist irgendwie läst. Es ist irgendwie… Das ist irgendwie… Bis zum nächsten Mal.